Jetzt sind die Mädchen von FC Rot-Weiß-Rankweil oder die Frauenmannschaft noch schneller unterwegs, weil seit heute gibt es einen neuen Sponsor auf den Hosen von der Damenmannschaft von Rot-Weiß-Rankweil. Jennifer Rotteneder, Geschäftsführerin von Autohaus Rohrerin Rankweil. Warum das Sponsoring bei der Frauenmannschaft von Rot-Weiß-Rankweil? Ja, weil ich als Frau natürlich gerne Frauen, die in so einem männerdominierten Sport sind, unterstützt. Mir geht es gleich. Als Juniorchefin vom Autohaus Rohrerin bin ich in einer sehr männerdominierten Welt dabei und freue mich natürlich, wenn wir auch sagen, was wir können. Heute beim ÖFB-Ladies-Cup-Spiel hat Autohaus Rohrerin natürlich das schnellste Auto ausgestellt. Was gibt es für neue Modelle im Autohaus Rohrerin Rankweil? Also wir haben ja ganz viele Marke. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Das ist jetzt die Alfa Romeo Giulietta, was wir hinter uns sehen. Das ist sportlich damals. Das neuste Modell ist der Alfa Romeo Stelvio. Und ja, wir haben die ganzen neuen Jeep-Modelle, Fiat-Modelle einfach gerne vorbei. Gut wäre natürlich, wenn die Frauenmannschaft in der Bundesliga österreichweit spielen würde, nächstes Jahr ab Sommer. Das wünscht sich wahrscheinlich auch die Geschäftsführerin vom Autohaus Rohrerin, Jennifer Rotheneder. Ja, natürlich. Ich drücke einem Dummer und wünsche einem alles Gute. Danke und viel Glück weiterhin beim Autohaus Rohrerin Rankweil. Viele gute Geschäfte jetzt auf Weihnachten. Dankeschön.